So, Herrschaften, ist schon wieder Weihnachten und das ist die Zeit für Geschichten. Ich erzähle euch heute mal eine, die ist wahr und man könnte sie auch Erfolgsgeschichte nennen. Und so begab es sich, dass die US-Soldaten samt Familien unser schönes Schweinfurt verließen. Und weil ja nicht nur an Weihnachten, sondern immerzu jemand eine Herberge sucht, hat unser Oberbürgermeister gesagt, hier wo einst die US-Amerikaner wohnten, soll ein ganz neuer Stadtteil mit bezahlbarem Wohnraum für viele entstehen. Aber weil der Herr Rehmele das nicht alles allein schaffen kann, gibt's ja uns von der SWG. Und gemeinsam schaffen wir im neuen Stadtteil Bellevue attraktiven Wohnraum. In vier Bauabschnitten, von denen zwei jetzt schon fertig und bezogen sind. Und der Rest, der wird auch bald fertig. Dabei bieten wir neben vielen modernen Ein- bis Vier-Zimmer-Mietwohnungen auch tolle Eigentumswohnungen im Kohlhof KW. Und all diese attraktiven Bauten sind nicht nur bezahlbar, sondern mit höchster Energieeffizienz schon heute bestens auf morgen vorbereitet. Das war unsere Geschichte. Manche nennen das Konversion. Ich sag, Erfolgsgeschichte. Und so kommen wir zum Schluss für dieses Jahr. Meine Herren, Ihr Einsatz. Wir von der SWG wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest. Und natürlich ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2024. Und auch von mir ein frohes Fest und einen guten Beschluss. Ach ja, nächstes Jahr gibt's bei der SWG was zu feiern. Aber dazu demnächst mehr.